Aber dann in Baden, als der Zug hielt und Edgar sich allein auf dem Perum befand, wo schon die Lichter entflammt waren, die Signale grün und rot in die Ferne glänzten, verband sich unversehens mit diesem bunten Anblick eine plötzliche Bangnis vor der nahen Nacht. Bei Tag hatte er sich noch sicher gefühlt, denn ringsum waren ja Menschen, man konnte sich ausruhen, auf eine Bank setzen oder vor den Läden die Fenster starren. Wie aber würde er dies ertragen können, wenn die Menschen sich wieder in die Häuser verloren, jeder ein Bett hatte, ein Gespräch und dann eine beruhigte Nacht, während er im Gefühl seiner Schuld allein herumirren musste, in einer fremden Einsamkeit. Oh, nur bald ein Dach über sich haben, nicht eine Minute mehr unter freiem Himmel stehen, das war sein einziges, klares Gefühl. Hastig ging er den wohlbekannten Weg, ohne nach rechts und links zu blicken, bis er endlich vor die Villa kam, die seine Großmutter bewohnte. Sie lag schön an einer breiten Straße, aber nicht frei den Blicken dargeboten, sondern hinter Ranken und Efeu eines wohlbehüteten Gartens, ein Glanz hinter einer Wolke von Grün, ein weißes, altväterisch freundliches Haus. Edgar spähte durch das Gitter wie ein Fremder. Innen regte sich nichts, die Fenster waren verschlossen, offenbar waren alle mit Gästen rückwärts im Garten. Schon berührte er die kühle Klinke, als ein seltsames geschah. Mit einem Mal erschien ihm das, was er sich jetzt seit zwei Stunden so leicht, so selbstverständlich gedacht hatte, unmöglich. Wie sollte er eintreten, wie sie begrüßen, wie diese Fragen ertragen und wie beantworten, wie diesen ersten Blick aushalten, wenn er berichten musste, dass er heimlich seiner Mutter entflohen sei. Und wie gar das Ungeheuerliche seiner Tat erklären, die er selbst schon nicht mehr begriff. Innen ging jetzt eine Tür. Mit einem Male befiel ihn eine törichte Angst. Es möchte jemand kommen und er lief weiter, ohne zu wissen, wohin. Vor dem Kurpark hielt er an, weil er dort dunkel sah und keine Menschen vermutete. Dort konnte er sich vielleicht niedersetzen und endlich, endlich ruhig denken, ausruhen und über sein Schicksal klar werden. Schüchtern trat er ein. Vorne brannten ein paar Laternen und gaben den noch jungen Blättern einen gespenstigen Wasserglanz von durchsichtigem Grün. Weiter rückwärts aber, wo er den Hügel niedersteigen musste, lag alles wie eine einzige, dumpfe, schwarze, gärende Masse in der wirren Finsternis einer verfrühten Frühlingsnacht. Edgar schlich scheu an den paar Menschen vorbei, die hier unter dem Lichtkreis der Laterne plaudernd oder lesend saßen. Er wollte allein sein. Aber auch droben, in der schatternden Finsternis der unbeleuchteten Gänge, war keine Ruhe. Alles war da erfüllt, von einem leisen, lichtscheuen Rieseln und Reden, das vielfach gemischt war mit dem Atem des Windes zwischen den biegsamen Blättern, dem Schlürfen ferner Schritte, dem Flüstern verhaltener Stimmen, mit irgendeinem wollüstigen, seufzenden, angstvoll stöhnenden Getön, das von Menschen und Tieren und der unruhig schlafenden Natur gleichzeitig ausgehen mochte. Es war eine gefährliche Unruhe. Eine geduckte, versteckte und beängstigende, rätselhafte, die hier atmete. Irgendein unterirdisches Wühlen im Wald, das vielleicht nur mit dem Frühling zusammenhing, das ratlose Kind aber seltsam verängstigte. Er presste sich ganz klein auf eine Bank hin in dieses abgründige Dunkel und versuchte nun zu überlegen, was er zu Hause erzählen sollte. Aber die Gedanken glitten ihm glitschig weg, ehe er sie fassen konnte. Gegen seinen eigenen Willen musste er immer nur lauschen und lauschen auf das gedämpfte Tönen, die mystischen Stimmen des Dunkels. Wie furchtbar diese Finsternis war, wie verwirrend und doch wie geheimnisvoll schön. Waren es Tiere oder Menschen oder nur die gespenstige Hand des Windes, die all dieses Rauschen und Knistern dieses Surren und Locken ineinander webte? Er lauschte. Es war der Wind, der unruhig durch die Bäume schlich. Aber jetzt sah er es deutlich. Auch Menschen, verschlungene Paare, die von unten, von der hellen Stadt heraufkamen und die Finsternis mit ihrer rätselhaften Gegenwart belebten. Was wollten sie? Er konnte es nicht begreifen. Sie sprachen nicht miteinander, denn er hörte keine Stimmen. Nur die Schritte knirschten unruhig im Kies. Und hier und da sah er in der Lichtung ihre Gestalten flüchtig wie Schatten vorüberschweben, immer aber so in eins verschlungen, wie er damals seine Mutter mit dem Baron gesehen hatte. Dieses Geheimnis, das Große, Funkelnde und Verhängnisvolle, es war also auch hier. Immer näher hörte er jetzt Schritte herankommen und nun auch ein gedämpftes Lachen. Angstbefiehlen, die Nahenden möchten ihn hier finden. Und noch tiefer ins Dunkel drückte er sich hinein. Aber die beiden, die jetzt durch die undurchdringliche Finsternis den Weg herauftasteten, sahen ihn nicht. Verschlungen gingen sie vorbei, schon atmete Edgar auf. Da stockte plötzlich ihr Schritt, knapp vor seiner Bank. Sie pressten die Gesichter aneinander. Edgar konnte nichts deutlich sehen, er hörte nur, wie ein Stöhnen aus dem Munde der Frau brach. Der Mann, heiße, wahnsinnige Worte stammelte, und irgendein schwüles Vorgefühl durchtrang seine Angst mit einem wollüstigen Schauer. Eine Minute blieben sie so. Dann knirschte wieder der Kies unter ihren weiter wanderten Schritten, die dann bald in der Finsternis verklangen. Edgar schauerte zusammen. Das Blut stürzte ihm jetzt wieder in die Adern zurück, heißer und wärmer als zuvor. Und mit einem Male fühlte er sich unerträglich einsam in dieser verwirrenden Finsternis. Urmächtig kam das Bedürfnis über ihn nach irgendeiner befreundeten Stimme, einer Umarmung, nach einem hellen Zimmer, nach Menschen, die er liebte. Ihm war, als wäre die ganze ratlose Dunkelheit dieser wirren Nacht nun in ihn gesunken und zersprengen ihm die Brust. Er sprang auf, nur heim, heim, irgendwo zu Hause sein, im warmen, im hellen Zimmer, in irgendeinem Zusammenhang mit Menschen. Was konnte ihm denn geschehen? Sollte man ihn schlagen und beschimpfen? Er fürchtete nichts mehr, seit er dieses Dunkel gespürt hatte und die Angst vor der Einsamkeit. Es trieb ihn vorwärts, ohne dass er sich spürte, und plötzlich stand er neuerdings vor der Villa, die Hand wieder an der kühlen Klinke. Er sah, wie jetzt die Fenster erleuchtet durch das Grün klimmerten, sah in Gedanken hinter jeder hellen Scheibe den vertrauten Raum mit seinen Menschen darin. Schon dieses Nahsein gab ihm Glück, schon dieses erste, beruhigende Gefühl, dass er nah sei zu Menschen, von denen er sich geliebt wusste. Und wenn er noch zögerte, so war es nur, um dieses Vorgefühl inniger zu genießen. Da schrie hinter ihm eine Stimme mit gellem Erschrecken. Edgar, da ist er ja! Das Dienstmädchen seiner Großmama hatte ihn gesehen, stürzte auf ihn los und fasste ihn bei der Hand. Die Türe wurde innen aufgerissen, bellend sprang ein Hund an ihm empor, aus dem Hause kam er mit Lichtern, er hörte Stimmen mit Jubel und Schreckrufen, einen freudigen Tumult von Schreien und Schritten, die sich näherten. Gestalten, die er jetzt erkannte. Vorerst seine Großmutter mit ausgestrecktem Arm und hinter ihr, er glaubte zu träumen, seine Mutter. Mit verweinten Augen, zitternd und verschüchtert, stand er selbst inmitten dieses heißen Ausbruchs überschwänglicher Gefühle. Und schlüssig, was er tun, was er sagen sollte, und sei aber unklar, was er fühlte. Angst oder Glück? Ende von Kapitel 14 Aufgenommen von Jule Niedermeyer Aufgenommen von Jule Niedermeyer Vielen Dank.